Am Dienstag, dem 21. Januar, sprach Ulrich Delius von der Gesellschaft für bedrohte Völker im PFL über ein Thema, das noch immer recht wenig Aufmerksamkeit auf sich zieht. In der Provinz Xinjiang im Nordwesten Chinas sieht sich die Minderheit der Uiguren massiven Repressalien durch die Regierung ausgesetzt. Die Uiguren, das sind schätzungsweise etwa 10 bis 20 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Sie sprechen eine eigene Sprache und haben eine eigene Kultur, die sich klar von der chinesischen Kultur unterscheidet. Die chinesische Regierung will das nun durch Umerziehungslager ändern, wie Ulrich Delius erklärt. Es gibt massive Verfolgungen. Wir sprechen sogar von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die begangen werden. Diese muslimischen Nationalitäten werden systematisch momentan verfolgt, in der Weise, dass man wahllos Angehörige dieser Nationalitäten in Umerziehungslager einweist. Sie haben keinerlei Vorstellung, wann sie da wieder herauskommen und sollen dann eben den Vorrang der kommunistischen Partei dort lernen. Und eben gute Chinesen zu sein, sprich den Vorsitzenden Xi Jinping und seine Schriften zu kennen. Und insgesamt durchlaufen sie so einen Prozess der Assimilierung, das heißt der Aufgabe der eigenen Kultur und der Anpassung an die chinesische. Und das läuft eigentlich darauf hinaus, dass sie ihre Identität verlieren. Die Umerziehungslager zur Durchsetzung dieses Programmes bezeichnet die chinesische Regierung beschönigend als Bildungseinrichtungen. Augenzeugenberichte aus diesen Lagern zeugen jedoch von schweren Menschenrechtsverletzungen. Der Alltag, der beschrieben wird, ist wirklich schrecklich. Die Leute sind eben 24 Stunden am Tag unter Videoüberwachung. In allen Räumen, von Aufenthaltsräumen bis zu Toiletten, sind Kameras installiert. Und diese Kameras sollen nicht nur überwachen, was machen die Leute, sondern sie sollen vor allen Dingen unter Einsatz von künstlicher Intelligenz auswerten, ob das, was die Leute sagen, auch wirklich das ist, was sie denken. Das heißt, wenn jemand dann erklärt, ja, ich bekenne, dass Xi Jinping der große Vorsitzende ist und am besten für uns Uguren weiß, wie wir uns verhalten sollen, dann kann man über diese Programme eben letztlich in Erfahrung bringen, ob die Person das tatsächlich denkt oder nicht. Wenn sie es nicht denkt, sondern einfach nur vorgibt, sich so dem Diktat der Partei zu unterwerfen, dann kommt sie nicht raus aus dem Lager. Sie kommt erst raus aus dem Lager, wenn quasi diese Gehirnwäsche erfolgreich war. Die Stadt Oldenburg ist um gute Beziehungen zu China bemüht. Es bestehen zwei Städtepartnerschaften und man pflegt in wirtschaftlichen Betrieben und Schulen einen regen Austausch mit China. Laut Ulrich Delius hat die Stadt damit auch eine Verantwortung. Auf jeden Fall sollte man über sie sprechen, diese Menschenrechtsverletzungen. Und man sollte gucken, mit wem man das tun kann, ob es überhaupt möglich ist, das mit Zivilgesellschaft in China zu machen. Trifft man die überhaupt oder trifft man nicht im Prinzip überwiegend den Bürgermeister und die Stadtverordneten, die alle eben letztlich dann auch Mitglieder der kommunistischen Partei sind und mit denen darüber sicherlich kein Dialog zu führen ist. Also die Frage ist einfach, kann man hier überhaupt von einer Städtepartnerschaft im herkömmlichen Sinne sprechen, wo es einen tatsächlichen Austausch gibt oder ist es eben überwiegend was, was man aus wirtschaftlichen Gründen betreibt, aber was man eigentlich nicht Städtepartnerschaft nennen sollte. Ob man dieser Verantwortung in Oldenburg auch nachkommt, das ist allerdings fraglich. Der Saal hätte beim Vortrag von Ulrich Delius jedenfalls voller sein können, gerade bei einem solch essentiellen Thema wie Menschenrechten.